hallo liebe freunde des teilen reparieren und selber machen willkommen zu unserem ersten video mein name ist martin und heute geht es um den hobbyhimmel im speziellen ich habe euch ja schon gesagt wir machen hier videos um euch zu erklären wie so eine offene werkstatt funktionieren kann wie die abläufe sind wie die prozesse um dann mit euch in austausch zu kommen wichtig ist uns dabei aber dass ihr immer versteht das gilt natürlich nur für unsere werkstatt hier in stuttgart und für das konzept und das betriebsmodell was wir eben uns da zusammengebaut haben und dass ihr das quasi immer einordnen können es gibt natürlich x varianten x modelle x verschiedene konzepte jeder macht es ein bisschen anders das ist eben wie gesagt alles nur wie wir das machen wir versuchen auch immer zu erklären warum wir die sachen wie gewählt haben und warum wir die sachen wie machen so dass ihr wie gesagt bei den nachfolgenden videos auch da eine gute einschätzung habt unser hauptziel ist vor allem gewesen die werkstatt zu niederschwellig wie möglich zu machen einfach damit jeder mensch sehr einfachen zugang dazu hat weil der hauptgrund natürlich diese dieser nachhaltige ansatz dieser ressourcen ressourcen schon der ansatz ist wichtig dass man eben die hürde für die menschen gering möglichst gering hält dass die sehr einfach die werkstatt benutzen können und deswegen gibt es eben so ein paar features die bei uns speziell sind die haben andere werkstätten sicherlich auch aber in dieser kombination kennen wir es jetzt nicht direkt und auf die möchte ich jetzt ganz kurz eingehen der erste punkt für uns um eben niederschwellig zu sein ist dass man die werkstatt stundenweise benutzen kann und muss kein mitglied sein ja das heißt man bindet sich nicht an eine monatliche mitgliedschaft wir haben auch noch ein abo modell aber grundsätzlich kann man die werkstatt eine stunde benutzen zahlt eine stunde geht wieder alles erledigt keine kein vertrag keine dauermitgliedschaft nichts das ist schon mal ein wichtiger punkt für uns der zweite wichtige punkt ist dass wir sehr niedrige gebühren haben das heißt man kann die werkstatt schon ab zwei euro oder drei euro die stunde benutzen je nachdem ob mit oder ohne elektrogeräte und große maschinen wie laser dnc fräse kreissäge drehbank und so weiter die werden noch einmal extra mit kleinen beträgen abgerechnet der nächste wichtige punkt war wo wir sagen das ist ganz wichtig damit möglichst viele leute offene werkstätten benutzen ist dass sie leicht also im sinne leicht zugänglich dass sie ständig geöffnet haben also am liebsten wir uns natürlich wenn wir 24 7 offen haben könnte könnten ist aber schwer umzusetzen weil wir nur mit ehrenamtlichen hier arbeiten aber wir haben sieben tage die woche geöffnet das heißt an jedem tag in der woche haben wir für jeden menschen geöffnet also wir haben in summe aktuell 45 stunden die woche geöffnet genau das heißt es gibt keine ausreden warum meine werkstatt nicht benutzt quasi immer da für euch der nächste punkt ach so ja genau und das ganze sind eben 350 tage im jahr ja das heißt wir haben nur zwei wochen im jahr geschlossen meistens zwischen weihnachten und neujahr dann machen wir auch intern ein bisschen verschönerung aufräumen und so aber sonst haben wir wie gesagt durchgängig geöffnet dann haben wir was uns noch was bei uns noch special ist wir sind keine reine holz oder keine reine metall oder textilwerkstatt sondern wir wollten das angebot möglichst breit halten das heißt egal was man handwerklich hat was man reparieren möchte welche maschinen ausprobieren möchte kann man zu uns kommen das heißt wir haben holzbereich im metallbereich im elektronikbereich wenn den fab lab bereich mit laser cnc 3d druck wir haben fahrrad werkzeuge wir haben nähmaschinen wir haben folienplotter siebdruck ausstattung also wir haben von allem von lm ebbels sagt der schwabe also das heißt wir haben eine werkstätte ist knapp 300 quadratmeter groß hier in stuttgart vollgepackt mit maschinen werkzeug ausstattung machen es seit viereinhalb jahren und das geile daran ist dass wir komplett eigen finanziert sind das heißt wir kriegen keine fördermittel nicht von öffentlicher hand nicht von irgendwelchen firmen wir kriegen schon immer wieder meine spende aber wir sind nicht zwingend darauf angewiesen um unseren geschäft unseren tagesbetrieb aufrecht zu erhalten wir freuen uns immer wenn leute maschinen spenden wenn leute material spenden wenn sie auch geld spenden natürlich aber ist es für den tagesbetrieb nicht wichtig es hilft uns aber ein puffer aufzubauen und eben die ausstattung und das das konzept noch besser anbieten zu können noch verfeinern zu können und jetzt kommt das wichtige für euch dieses ganze konzept das ganze modell und deswegen machen wir eben auch diesen video kanal stellen wir komplett open source zur verfügung das heißt jeder der sagt hey finden wir voll cool wie die das in stuttgart machen möchten wir auch so machen ja oder möchten teile daraus entnehmen die können von uns alle dokumente alle prozesse das ganze know how ja ihr könnt die komplette webseite von uns kopieren wenn sie euch gefällt ja oder einzelne teile es ist ein komplettes open source geschäftsmodell und weil der wichtigste punkt für uns ist einfach dass sich offene werkstätten verbreiten und schneller wachsen und ob ihr dann danach sagt okay wir fangen jetzt mal mit ich sag jetzt mal mit unserem abrechnungsformular an ja und ihr entwickelt danach ein eigenes gerne aber wenn ihr am anfang vor einem leeren platz steht und überlegt euch wie wie fangen wir jetzt die abrechnung an dann ist es unheimlich viel schwerer wie wenn man eben schon eine vorlage hat und wir würden uns einfach freuen wenn ihr sagt wir arbeiten jetzt mit mit basic infos die ihr von uns bekommt ihr verfeinert die oder stet die auf euch noch mal abstimmen und spielte danach wieder in die community zurück dass andere werkstattbetreiber eben auch davon profitieren können und so hoffen wir dass eben diese diese werkstatt themen ganz gemeinsam quasi sich ergänzen und austauschen und davon profitieren können genau das war unser video quasi zu unserem spezialkonzept was ist was was special about the hobby himmel und wir würden uns freuen wir das nächste mal wieder reinschaltet frohes schaffen bis demnächst soll ich so anfangen betend oder style oder so